Liebe Patienten, mein Name ist Mareike Alter, ich bin in der Hautklinik als Oberärztin tätig. Mein Name ist Thomas Tüting, ich bin Direktor der Hautklinik. Viele von Ihnen haben vielleicht in dieser schwierigen Situation Angst zur Behandlung zu uns in die Klinik zu kommen. Bitte bedenken Sie, dass auch bei ernsthaften Hauterkrankungen eine Gefahr für Ihre Gesundheit besteht. Viele Erkrankungen sind vielleicht auch nicht so schwerwiegend, dass man unbedingt jetzt kommen müsste. Viele andere Sachen wie akute allergische Schübe, akute Infektionen, Hautkrebs und auch Durchblutungsstörungen sollten jedoch auch umgehend behandelt werden, da sonst eine Gefahr für Ihre Gesundheit ausgeht. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, deswegen möchten wir gern, dass Sie trotz allem zu uns in die Klinik kommen und sich wenigstens unseren Rat einholen und Lösungen mit uns für die Behandlung Ihrer Erkrankung finden. Unser Team in der Hautklinik unternimmt alle Anstrengungen, damit Ihre Behandlung bei uns sicher ist. Bitte zögern Sie nicht, trotz aller verständlichen Unsicherheiten zu uns in die Behandlung zu kommen. Wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da. Wir sind für Sie, da. Wir reden, ich bin für Sie da. Vielen Dank.